Hasta Garuda Utkatasana ist die Yoga-Stuhlhaltung mit verschränkten Armen. Im Stehen gib die Unterarme übereinander, Handflächen zueinander, beuge die Knie stark und bleibe so ruhig sitzen. Spüre dabei, wie Oberschenkel und Gesäßmuskeln gestärkt werden und wie du dabei eine innere Festigkeit hast. Du hast die Hände in der Adlerstellung und der Adler ist der König der Lüfter und so fühle dich wie ein König, wie eine Königin.